Der Predigtext für heute ist Epheser 5, die Verse 8 bis 14. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Amen. Die Gemeinde, der Wecker im Hotel klingelte diesmal besonders früh, nur ein kurzes, schnelles Frühstück. Und dann saßen wir im Bus, der uns von Arad nach Massadar brachte. Hier ein geschichtsträchtiger Ort am Rande der jüdischen Wüste, in Sichtweite des Toten Meeres. Hier auf diesem Gipfelplateau hatte König Herodes etwa 15 vor Christus eine Palastfestung errichtet. Und berühmt wurde der Ort dann aber durch ein menschliches und nationales Drama gegen Ende des jüdischen Krieges, so um 72, 73 nach Christus, ereignete sich das nämlich, als die militärische Übermacht der Römer gegen Ende immer stärker wurde, zogen sich die jüdischen Freiheitskämpfer mit ihren Familien hierher nach Massadar zurück. Von hier oben würden sie den Römern trotzen und sich niemals zu Sklaven machen lassen. Diese Festung galt als uneinnehmbar. Sie hielt sieben Jahre. Lange Zeit fanden die Römer trotz erdrückender militärischer Übermacht überhaupt kein Mittel, um diese Festung zu erstürmen, bis ihnen die Idee kam, wir erobern sie auf andere Weise. Sie bauten unter großem Aufwand eine Belagerungsrampe, die bis an das Gipfelplateau etwa heranreichte. Und von dieser Belagerungsrampe aus gelang es ihnen dann, eine Bresche in die Außenmauer zu reißen und das Plateau schließlich einzunehmen, um festzustellen, so zumindest der Bericht von Josephus, von dem wir das erfahren, um festzustellen, dass die Widerstandskämpfer sich mit ihren Familien das Leben genommen hatten, um nicht ihren Unterdrückern in die Hände zu fallen. Bis heute gilt diese Festung, Massada, als ein Symbol unbeugsamen Freiheitswillens. Noch bis 1991 wurden hier Rekruten der israelischen Armee vereidigt unter dem Motto, Massada wird niemals mehr fallen. Auf jener römischen Rampe, und deswegen erzähle ich das, klommen wir also im Morgengrauen nun den Gipfel, das Plateau der Festung. Und oben angekommen, dauerte es nur noch wenige Minuten und dann kam der große Augenblick, als nämlich der rote Sonnenball langsam hinter der gegenüberliegenden Bergkette sichtbar wurde und kurz darauf alles in ein gleißendes Licht getaucht war, die alles durchdringende Macht des Lichtes. Licht bricht durch. Das ist unser Thema, heute Morgen Licht bricht durch. Gottes Licht durchdringt alles. Das hatten wir ja schon im Schöpfungsbericht gesehen, im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1, Vers 3, wo es heißt, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Strahlendes Licht. Und jeder neue Morgen, den wir erleben dürfen, ist so ein Echo dieses Lichtes, wie es Hermann Claudius gedichtet hat, jeden Morgen geht die Sonne auf, in der Felder wundersamer Runde und die schöne, scheue Schöpferstunde, jeden Morgen nimmt sie ihren Lauf. Licht bricht durch. So haben es die Hirten auf Bethlehems Feldern erlebt, sogar mitten in jener historischen Nacht, in jener historischen Nacht, als der allmächtige Gott in einem Kind ein Bürger dieser Welt wurde. Und dann berichtet uns Lukas in Lukas 2, Vers 9, und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Licht bricht durch, mitten in der Nacht auf den Feldern vor Bethlehem. Ja, und das herfuhr dann auch der Christenverfolger Paulus. Als er auf einer kriminellen Dienstreise nach Damaskus war, um die Christen zu verfolgen und plötzlich von diesem Licht erfasst wurde und mit voller Wucht von seinem Reittier gestoßen und auf den Boden geschleudert. In Apostelgeschichte 9, Vers 3 lesen wir das. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Licht bricht durch. Paulus hatte die Macht dieses Lichtes am eigenen Leibe erfahren. Und jetzt in unseren Versen, in unserem Predigtext heute Nachmittag, da beschreibt er, da beschreibt er genau dieses Licht, mit dem auch wir es hier zu tun bekommen. Und ich lese diese acht Verse noch einmal. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das alles aber wird offenbart, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, rach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Ja, Herr, und nun bitten wir dich, dass du durch dieses Wort wirklich zu uns sprichst und dass du mit deinem Licht unser Leben erhältst. Amen. Mit diesen kostbaren Versen wollen wir heute unsere kleine Predigtreihe über Epheser 4 und 5 zum Abschluss bringen. Wir hatten diesen Exkurs, wenn man so will, ja deshalb eingeschoben, weil wir damit als BEG auch dieser besonderen Herausforderung begegnen wollten und wollen, der sich die Gemeinde Jesu und die einzelnen Christen in unserem Land zurzeit stellen müssen. Niemals zuvor in der Geschichte unserer Republik hat der Staat so massiv in die Freiheit des Einzelnen und auch der Gemeinden einzugreifen versucht. Und der Druck zur Anpassung, dem die Menschen in letzter Zeit ausgesetzt waren, ist wirklich stark. Ein Symbol, ein Symbol für diesen Anpassungsdruck sind sicherlich die Masken, mit denen die Kinder, kleine Kinder inzwischen zum Teil auch herumlaufen, wenn sie die manchmal an den Bushaltestellen stehen sehen und sie nehmen sie immer noch nicht ab. Und dieses Symbol, was da mitgesetzt ist, gewissermaßen Klappe halten, wegbleiben von dem anderen, aufgepasst. Und wehe, du passt dich nicht an. Und wehe, du machst nicht das, was man dir sagt. Und auch die Gemeinden haben solchen Anpassungsdruck erlebt, zunächst Gottesdienste auszusetzen, dann den Gesang zu ihrer Gottes verstummen lassen, den Druck erlebt, einsame und Sterbende in ihrer Isolation allein zu lassen und nicht ihre Hand zu halten und nicht an ihrem Bett mit ihnen zu beten. Und zurzeit wird ein ungeheurer Druck ausgeübt, dem staatlichen Gesundheitswesen Zugriff auf unseren Körper zu gewähren, unabhängig davon, ob man davon überzeugt ist oder nicht. Menschen mit sozialen Nachteilen zu bedrohen, Verdienstausfall, weil sie eine bestimmte medizinische Maßnahme, die auch unter Medizinern umstritten ist, nicht an ihrem Körper durchführen lassen wollen. Und erst vor wenigen Tagen hat der bekannte Staatsrechtler, der Freiburger Staatsrechtler, Professor Dieter Murswig, ein Gutachten dazu veröffentlicht, in dem er deutlich macht, dass eine Benachteiligung von Ungeimpften völlig verfassungswidrig sei. Er schreibt, die Freiheit ist dem Einzelnen nach dem Grundgesetz Kraft seiner Menschenwürde garantiert. Er erhält sie nicht erst dann von der Obrigkeit zugeteilt, wenn er beweisen kann, dass er vom Staat definierte Kriterien für seine Ungefährlichkeit erfüllt. Zitat Ende. Und an anderer Stelle schreibt Murswig, der indirekte Impfzwang ist vor allem deshalb unverhältnismäßig, weil er das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen bezüglich ihrer körperlichen Integrität äußerst schwerwiegend einschränkt und ihnen schwerwiegende Lebens- und Gesundheitsrisiken auferlegt. Zitat Ende Professor Murswig. Nur ein Beispiel für diesen Druck. Und dann lauert ein weiterer Druck, dem einige Gemeinden zurzeit in Nordrhein-Westfalen ausgesetzt sind, die von ihrer kommunalen Behörde gedrängt werden sollen, bestimmte Menschen von ihren Gottesdiensten auszuschließen und nur jene hineinzulassen, die sich dem 2G- oder 3G-Druck beugen. Und deshalb, wenn die Gemeinde Jesu in dieser Zeit bestehen will, wenn sie ihren Auftrag mitten in der Welt mutig wahrnehmen will, dann müssen wir erst recht wissen, aus welchen Kraftquellen wir schöpfen und wie wir unter der Führung unseres Herrn Jesus Christus fest zusammenstehen können. Selbst wenn wir an einzelnen Stellen mal unterschiedliche Auffassungen haben sollten, aber fest zusammenstehen. Und dazu hat uns der Apostel Paulus mit diesen Kapiteln aus Epheser 4 und 5 gründlich ermutigt. Er hat gesagt, als Gemeinde sind wir eine übernatürliche Einheit, die von ihm zusammengehalten wird. Er hat uns gezeigt, wir haben jeder, jeder der Christ ist, ein von Gott ausgetauschtes Leben geschenkt bekommen. Er hat uns das alte Leben weggenommen, uns dafür ein neues gegeben, das geprägt ist von der Vergebung der Schuld. Er will, so hat Paulus uns gezeigt, durch den Heiligen Geist unser Denken ausrichten, schärfen, klären, schulen, damit wir unsere Situation immer besser durchschauen und in Gottes Licht beurteilen können. Und dann hat Paulus uns gewarnt, das haben wir letzten Sonntag gesehen, Mitläufer zu werden und naiv Menschen und Ideologien hinterher zu laufen, die Gottes Geschöpfungsordnung und seine Gebote mit Füßen treten. Und Paulus hat uns noch einmal versichert, dass wir, die wir an Jesus glauben, Gottes geliebte Kinder sind und in dieser Welt noch eine große Aufgabe zu erfüllen haben. Das war die Zusammenfassung gewissermaßen der letzten fünf Predigten. Und heute kommen wir nun zum letzten Abschnitt unserer kleinen Epheser-Reihe, wo der Apostel uns eine starke Ermutigung schenkt. Er sagt, Leute, euer Dienst an dieser Welt hat Wirkung. Ihr werdet deutliche Spuren hinterlassen, als Einzelne und als Gemeinden. Eure ganze Arbeit, eure ganze Mühe wird nicht vergeblich sein. Manchmal seht ihr das nicht. Manchmal denkt ihr, wie viel wird wohl dabei herauskommen? Aber es wird so sein, sagt Paulus. Es wird garantiert nicht vergeblich sein. Es wird nicht verpuffen. Es wird nicht verdampfen, was ihr aus Liebe zu Jesus in die Waagschale eures Dienstes geworfen habt. Und so lautet das Motto über diesem Text heute, Licht bricht durch. Fünfmal kommt das Wort Licht in diesen wenigen Versen vor. Fünfmal. Und Paulus sagt, Leute, so wie die Wirkung des Lichtes nicht aufgehalten werden kann, stellen Sie sich vor, jemand hätte sich auf das Plateau beim Asada gestellt und gesagt, ich werde jetzt das Licht aufhalten. Über den hätten alle nur gelacht. Paulus sagt, so wird Gott auch eurem Zeugnis, eurem Dienst, euren Taten und Worten um Jesu Willen Wirkung verleihen. Und er hat das in 1. Korinther 15 nochmal zusammengefasst, Vers 58, wo er sagt, ihr sollt wissen, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und hier in unserem Text, da nennt er uns nun drei Gründe, drei handfeste Gründe, die jeder Nachfolger Jesu Christi für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen darf. Drei handfeste Gründe, die alle mit dem Licht zu tun haben, warum unser Dienst nicht vergeblich ist. Und das Erste, was Paulus hier zeigt, ist die neue Wirklichkeit. Erstens die neue Wirklichkeit der Gotteskinder. Und das ist der erste Satz wie eine Überschrift, Vers 8a. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Nun aber seid ihr Licht. Die neue Wirklichkeit ist eine Tatsache. Der Apostel markiert hier einen ganz scharfen Kontrast zwischen damals und heute, zwischen einst und jetzt, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und dazwischen, zwischen diesen Gegensätzen, liegt die Tatsache, dass wir Christen geworden sind. Dass die Epheser Christen geworden waren. Und damit zieht Paulus eine klare Linie. Diesseits und jenseits. Nicht jeder Christ kann den Zeitpunkt sagen, wann er diese Linie überschritten hat. Mancher kann ein Datum sagen, ein anderer nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ein Christ kann aber sagen, dass er diese Linie überschritten hat. Ein Christ weiß um dieses einst und jetzt. Dieser Satz ist zentral für das, was die Bibel über Bekehrung lehrt. Wer ein Kind des Lichts geworden ist, der gehört nicht mehr in eine Grauzone. Der lebt nicht mehr im Niemandsland zwischen, sagen wir, Gottes Kind und Weltmensch. Der steht nicht mehr im Dämmerschein, irgendwo zwischen Finsternis und Licht. Sondern ihr seid Licht in dem Herrn. Vers 8. Die Art und Weise, wie diese Linie überschritten wurde, die kann bei den Einzelnen ganz unterschiedlich sein. Bei manchen geschah das von einem Moment auf den anderen. Bei manchen war das so, als habe jemand plötzlich ein elektrisches Licht eingeschaltet. Und da war die Sache klar. Und jemand begriff, ich bin verloren vor Gott. Ich habe Verantwortung für einen heiligen Schöpfer, dem ich alles verdanke. Und wenn ich meine Schuld nicht loswerde, dann ist es aus mit mir. Und dann hat er begriffen, dass Jesus wirklich die Lösung ist, weil er sein Leben für uns stellvertretend geopfert hat, unsere Strafe getragen. Und er hat gesagt, Jesus, wo bist du? Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich gebe alles zu. Ich beuge mich. Ich rufe zu dir. Bei manchen geschah das sehr schnell. Bei anderen hat es einige Zeit gedauert. Vielleicht Wochen, vielleicht Monate. Bei manchen sogar. Jahre, wie wir aus Erfahrungsberichten wissen. Und da war es nicht so, als ob plötzlich ein Licht eingeschaltet worden sei, sondern wie plötzlich die Nacht in den Tag übergeht, wo es Zeit braucht. Und irgendwann war das Licht dann da. Aber das Ergebnis ist in beiden Fällen immer das Gleiche. Am Ende gibt es nur diesen absoluten Gegensatz. Entweder bist du Licht oder du bist Fensternis. Entweder bist du Christ oder du bist nicht Christ. Entweder du gehst auf dem schmalen Weg, wie Jesus gesagt hat in Matthäus 7, oder du gehst auf dem breiten Weg. Wie wir früher mal so einen Aufkleber hatten, da stand drauf, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also entweder oder. Und diesen steilen Gegensatz, den hat Paulus im Epheserbrief gründlich vorbereitet. Er hatte das ja schon am Beginn von Kapitel 2 gesagt. Er hat gesagt, wir waren tot in Sünden, aber dann sind wir durch Christus lebendig gemacht worden. Wir waren tot, jetzt sind wir lebendig. Oder in Kapitel 2, 11 bis 13. Früher wart ihr Heiden. Ihr wart ausgeschlossen vom Reich Gottes. Ihr wart fern. Aber jetzt, jetzt seid ihr Christen. Jetzt seid ihr nah geworden durch Christus. Immer dieses Entweder oder. Dieses Damals und Heute. Dieses Früher und Jetzt. Und deshalb stellt dieser Satz jeden von uns vor die Frage, auf welcher Seite dieser Linie stehst du zurzeit? Wie gründlich diese Trennung wirklich ist, sehen wir noch an folgender Einzelheit. Paulus schreibt nicht, ihr wart früher im Finstern und ihr seid jetzt im Licht. Sondern er sagt, ihr wart früher Finsternis und ihr seid jetzt Licht. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Er sagt, ihr wart ein Bestandteil der Finsternis. Ihr wart ein Mitglied im Team der Finsternis. Ihr wart in eurer Natur als Menschen verdorben. Ihr wart in eurer ganzen Lebensausrichtung, ob ihr es wusstet oder nicht, ob euch das klar war oder nicht, gegen Gott gerichtet. Ihr habt euer eigenes Ding gemacht. Und ihr wart deshalb ein Bestandteil jenes Bereichs, in dem die Menschen leben, die unter dem Zorn Gottes sind. Knechte der Sünde. Und jetzt, sagt Paulus, seid ihr Licht. Seid ihr ein Bestandteil des Lichts. Gehört ihr zum Team von Jesus. Habt ihr Teil an dieser neuen Schöpfung. Steht ihr unter Gottes Gnade und dürft wissen, dass eure Sünden vergeben sind. Das gilt jetzt. Das heißt nicht, ihr seid sündlos. Das heißt nicht, ihr habt keine Probleme mehr. Aber es heißt, ja, Jesus hat dein Leben grundlegend verändert, umfassend, nachhaltig, fundamental verändert. An der entscheidenden Stelle, nämlich im Hinblick auf dein persönliches Verhältnis zu dem Heiligen Gott. Und wir müssen es deutlich sagen, dieser Wechsel vom Finstern ins Licht, das ist die größte Veränderung, die ein Mensch in seinem eigenen Leben erfahren kann. Unabhängig davon, wie stark ihn das emotional aufwühlt oder nicht. Darum geht es gar nicht. Es ist in der Sache die absolut größte Veränderung, weil sie nämlich aus einem Höllenkandidaten einen Himmelsburger macht. Und deshalb hat der Kollege von Paulus, Johannes, diesen Vorgang als neue Geburt bezeichnet. Wie von neuem geboren. Und Jesus hat diesen Begriff auch verwendet. So, und jetzt muss Paulus klären, in einem nächsten Schritt, wodurch das passiert ist. Beziehungsweise worin dieser entscheidende Unterschied besteht. Denn vordergründig sieht man das den Menschen ja nicht an. Die sitzen im Zug in einem Abteil und wenn sie da reinkommen, können sie nicht auf den ersten Blick sagen, Finsternis oder Licht. Vielleicht ist sogar der, der in der Finsternis lebt, auf den ersten Blick sympathischer. Kann alles sein. Ja, oder wenn sie Leute in der Mensa sitzen sehen oder im Stadion oder im Büro oder im Hörsaal oder wo auch immer. Man sieht es denen ja auf den ersten Blick nicht unbedingt an. Was ist der entscheidende Unterschied? Paulus macht das klar, hier in diesem Vers 8, in dem er sagt, ihr seid Licht in dem Herrn. Das ist das Entscheidende. Das heißt, durch die persönliche Lebensverbindung mit Jesus Christus. Darum geht es. Stehe ich in dieser persönlichen Lebensverbindung mit ihm oder nicht? Habe ich mein Leben unter seinen Schutz gebracht? Habe ich mich ihm anvertraut? Dieses neue Leben, das meint nicht irgendwie eine magische, geheimnisvolle Verwandlung des Menschen an sich. Die wir irgendwie wie einen Heiligenschein um uns herum sehen könnten oder so. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um diese persönliche Lebensverbindung zu Jesus. Paulus sagt in Koloss 1, Vers 13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind gewissermaßen umgetopft worden, rausgeholt aus der Macht der Finsternis und hineingesetzt worden in das Reich, in dem Jesus jetzt schon der König ist. Und darauf kommt es an, auf die Verbindung zu Jesus. Man könnte sagen, das Licht eines Christen funktioniert nicht wie eine Batterie. Nicht mit einer Batterie. Es ist nicht so, dass wir irgendwas dazu gesteckt bekommen und jetzt läuft unser Leben ein bisschen schwungvoller. So ein Zusatzmotor, eine spezielle religiöse Erfahrung oder was auch immer. Sondern wir brauchen die direkte Verbindung mit der Stromquelle. Sonst läuft gar nichts. Wir brauchen die Verbindung zu Jesus, sonst leuchtet da gar nichts. Und wenn man den Stecker ziehen würde, wäre unser Glaube von heute auf morgen tot. So ist es. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, in dieser Lebensverbindung, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, sagt der Herr, könnt ihr nichts tun. Wenn ihr von mir getrennt seid, kommt kein Saft mehr. Wenn der Stecker aus der Dose raus ist, kommt kein Strom mehr. Es hängt alles an der Verbindung zu Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird Jesus haben in einer persönlichen Verbindung mit ihm leben. Das ist hier gemeint. Und so schafft Jesus dann eine neue Wirklichkeit, eine neue Realität in unserem Leben. Das ist wie ein Schöpfungsakt. Deshalb hat Paulus ja an einer anderen Stelle gesagt, in 2. Korinther 4, Vers 6, Gott, der da ließ, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Schöpfung. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Also wenn ein Mensch zu Jesus findet, wenn ein Mensch Christ wird, dann ist das ein realer Schöpfungsakt, den Gott an ihm vollzieht. Er schenkt neues Leben. Er stiftet diese neue Verbindung. Und dadurch sehen wir plötzlich, wie es um uns steht. Dadurch begreifen wir, dass wir schuldig sind vor diesem Gott. Und wir erkennen, wo die einzige Hilfe zu finden ist, nämlich bei Jesus. Nach dem alten Motto, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und aus dieser neuen Wirklichkeit folgt dann das Zweite, nämlich die neue Wirkung der Gotteskinder. Das ist das Zweite. Die neue Wirkung der Gotteskinder. Und das sind die Verse 8 bis 10. Also 8b bis 10. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist die neue Wirkung. Sehr praktisch. Wo die Wirklichkeit des Lichts vorhanden ist, da stellt sich zwangsläufig auch die Wirkung des Lichtes ein. Der Jesus hat es gesagt, in Matthäus 5, Vers 14, der Bergpredigt. Es kann die Stadt nicht verborgen bleiben, die auf einem Berg liegt. Geht gar nicht. Und wahrscheinlich hat Jesus hier die Stadt Safet im Sinn, die hell erleuchtet vom See Genezareth aus gut zu sehen war. Bei Nacht. Der Berg, auf dem sich Safet präsentiert, befindet sich etwa 835 Meter über dem Meeresspiegel. Der See Genezareth befindet sich circa 212 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Also eine Differenz von circa 1000 Metern. Und deswegen sieht man Safet dort ehrlich strahlen. Eine hell erleuchtete Stadt auf den Bergen, die kann man nicht übersehen. Und so spricht Paulus hier in Vers 9 von der Frucht des Lichts. Die kann man nicht übersehen. Wo ein guter Samen ist, da wächst auch Frucht. Wo einer vom Licht erfasst wird, da gibt es auch wirkliche Veränderungen. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, der wird das Licht des Lebens haben. Man kann es sich an einem einfachen Bild deutlich machen. Wo das Licht hereinstrahlt, da strahlt es auch wieder heraus. Ein Christ ist wie ein Prisma. So eine Art Spiegel. Wenn die Lichtstrahlen an der einen Seite des Prismas eintreten, dann werden sie gewissermaßen gebrochen und abgelenkt. Und zerlegt in verschiedene Spektralfarben. Das ist die Wirkung eines Prismas. Und dann entstehen ganz herrliche Effekte. Und wir Christen sind wie ein Prisma, wenn das Licht Christi bei uns eintritt, wenn sein Einfluss uns bewegt und prägt. Und wie beeinflusst er uns? Er beeinflusst uns durch sein Wort, wenn wir das lesen oder ausgelegt bekommen. Er beeinflusst uns, wenn wir zu ihm beten. Er beeinflusst uns auch als Einzelne, wenn wir als Gemeinde miteinander Gottesdienst feiern. Wenn sein Licht in unser Leben hineinfließt, wenn er uns beeinflusst, dann sollen wir wie ein Prisma wirken. Und dann sollen durch unser Leben hindurch die verschiedenen Farben der Veränderung sichtbar werden, die der Einfluss Jesus bei uns bewirkt. So ist das hier gemeint. Jesu Licht prallt gewissermaßen auf uns und wird gebrochen. Und Paulus nennt dann einige Spektralfarben, wenn ich das so sagen darf, die das Licht Jesu bei uns auslösen will. Er nennt das Früchte des Lichts. Und eine Frucht hier nennt es Güte. Er sagt, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind Beispiele, er könnte das noch weiter verlängern. Güte. Rücksichtsvoll, hilfreich. Das ist eine Eigenschaft, die Gott selbst zugeschrieben wird in Römer 2. Güte, dass wir dem anderen Wohltun wollen. Dass wir sein Bestes im Blick haben. Dass es uns ein Herzensanliegen ist, ihn vor Leid und Not und Traurigkeit zu beschützen, wo das geht. Dass wir bereit sind, ihm im Leid beizustehen, zu helfen. Güte, dass wir einen empfindsamen Blick bekommen, der sich von den Bedürfnissen und von den Nöten anderer bewegen lässt. Dass wir wirklich hinschauen. Und so soll unser Leben als Christen von Güte geprägt sein. Und diese Güte soll nicht nur auf unsere Glaubensgenossen beschränkt bleiben. Paulus sagt ja mal in Galater 6, Vers 10, lass uns Gutes tun an jedermann. Allermeister eines Glaubens genossen, aber an jedermann. Und dann eine zweite Frucht, eine zweite dieser Spektralfarben, Gerechtigkeit. Dass wir anderen Menschen gegenüber auch Gerechtigkeit walten lassen. Dass wir sie fair behandeln. Dass wir sie nicht ausnutzen zu unserem Vorteil. Dass wir sie so behandeln, wie Gottes Gebote und Prinzipien das vorsehen. Dass sie wissen, dass sie sich uns gegenüber nicht vorsehen müssen. Dass sie nicht Angst haben müssen, dass sie über den Tisch gezogen oder ausgetrickst werden. Wenn der Chef eines Unternehmens sich bekehrt, dann wird er sich bemühen, seinen Angestellten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er ist dann noch kein perfekter Mensch. Aber es wird ihm ein inneres Bedürfnis sein, etwas von dieser Güte an seine Angestellten weiterzugeben, die er selbst von Gott empfangen hat. Wenn in einer Ehe einer von beiden sich bekehrt und der andere noch nicht des Christes, dann ist es das Beste, was dem Nichtchristen passieren kann. Weil sein Ehepartner versuchen wird, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Weil sie beide ohne Christus begonnen haben und dann findet einer zu Christus und dann wächst in ihm diese Frucht der Gerechtigkeit. Und dann wird er eben gerade nicht versuchen, seinem Ehepartner zu sagen, schau mal, ich bin ein besserer Mensch als du. Sondern er wird versuchen, ihm Gutes zu tun. Gerechtigkeit. Und dann eine weitere Spektralfarbe Wahrheit. Dass wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort versuchen, alles zu beurteilen, was wir Tag für Tag beurteilen müssen. Dass wir nach der biblischen Sicht fragen. Dass wir wahrhaftig sind, ohne Täuschung, ohne Heuchelei. Dass wir transparent sind und aufrichtig und integer und offen. Und dass wer es mit uns zu tun hat, er nicht fürchten muss, getäuscht zu werden. Das sind einige typische Wirkungen, die Jesu Licht in unserem Leben hervorbringen will. Und man könnte noch viele weitere nennen. Vielleicht ist das ein ganz guter Test. Wenn man Leute besucht hat, mit ihnen zu tun hatte, dann sollen sie hinterher sagen, das hat mir gut getan, dass sie da waren. Oder wenn Menschen unser Haus verlassen, dann sollen sie möglichst fröhlicher und getrösteter unser Haus verlassen, als sie es betreten haben. Das ist das Ziel. Warum? Weil etwas von dem Licht Jesu durch uns hindurch scheint. Obwohl wir auch als Christen viel Mist noch bauen. Obwohl wir unterschiedlich gut sind, was die Tagesform angeht. Obwohl wir auch nochmal, ach, unseres Missmuts vielleicht nicht Herr werden. Aber das soll die große Wirkung sein. Das soll das eigentliche Ziel sein, dass wer uns begegnet, auch etwas von dem Licht mitbekommt, das Jesus in unser Leben hinein strahlen lässt. Und dann nennt Paulus noch eine weitere Frucht, die hinter allen anderen steht, nämlich Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Eigentlich ist das enger miteinander verbunden, als das hier in der Luther-Übersetzung deutlich wird. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. So könnte man das wörtlich eigentlich am besten aus dem Griechischen übersetzen. Das heißt, ein Jünger Jesu prüft ständig, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was Jesus wohlgefällig ist. Und das wird ihm im Laufe eines Lebens wie zu einer zweiten Natur. Wir wollen alles dem Licht Jesu aussetzen. Wenn ich frage, wie geht es mit meiner Partnerwahl weiter? Wen soll ich heiraten? Ein Christ fragt Jesus. Natürlich kriegt er da nicht einen Geistesblitz und sieht eine Person vor sich stehen. Aber er kann beten, Herr, führe mich auf deinem Weg und führe mich richtig. Welchen Beruf ich wählen soll, welches Studienfach, welche praktische, konkrete Entscheidung ich in meinem Business momentan treffen soll. Wie ich mit anderen Menschen umgehe. Wie ich im Alltag auf bestimmte Dinge reagiere. Gestern fragte mich nach einem Vortrag in Sachsen ein Familienvater, wie soll ich umgehen mit der Situation meines kleinen Kindes. Die fangen jetzt an, den Kindern diese Vielfaltsideologie nahe zu bringen in der Schule. Und es geht jetzt los. Was kann ich tun? Was ist Gottes Wille? Was ist richtig? Wie können wir als Eltern gut reagieren und unsere Kinder schützen? So fragt der, der vom Licht Christi erfüllt ist. Und das hat nichts mit Zwanghaftigkeit zu tun. Das hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Weil wir wissen, dass Gott den besten Überblick hat. Wer denn sonst? Und wir machen das, weil wir dem Herrn gefallen wollen. Weil wir ihm eine Freude machen wollen. Das ist unser Motiv. So sagt Paulus das ja. Ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das hat er schon mal gesagt in 2. Korinther 5, Vers 9. Wir suchen unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. 2. Korinther 5, Vers 9. Oder in 2. Timotheus 2, Vers 4. Da sagt Paulus, was ist ein guter Soldat? Ein guter Soldat ist ein Soldat, der seinem Feldherrn gefallen will. Und so will ich Christus gefallen. Das ist die Ausrichtung unseres Lebens. Und noch etwas ganz wichtig. Diese Prüfung, die wir mit allen Dingen tun sollen, die macht den Jünger Jesu nicht engstirnig. Sondern sie gibt ihm einen ganz, ganz weiten Horizont. Paulus sagt ja an anderer Stelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles. Prüft alles und behaltet das Gute. Paulus sagt nicht, legt die Scheuklappen an. Und schaut nicht über euren Horizont heraus. Und lernt möglichst nichts Neues. Und bleibt immer in euren eingefahrenen Gleisen. Ihr sagt, prüft alles. Schaut euch alles an. Prüft es am Maßstab des Wortes Gottes. Und behaltet nur das Gute. Das ist hier gemeint. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Alles am Wort Gottes prüfen. Wissen Sie, das sind für einen Christen nicht abstrakte Tugenden, die er um des Guten Willen wahrnimmt. Weil er doch so ein edler Humanist ist. Ich will Güte walten lassen. Ich will Gerechtigkeit üben. Nein, das ist völlig anders. Solche edlen Tugendansätze, die gibt es bei den Heiden auch. Die können Sie bei edlen Heiden auch finden. Aber was den Christen vom Heiden unterscheidet, ist vor allem unser Motiv. Wir wollen dem Herrn gefallen. Wir wollen Jesus Freude machen. Dem Heiden genügt es zu sagen, ich habe meine moralischen Prinzipien. Ich bin edel. Ich muss vor mir selbst gerade stehen können. Die Kinder des Lichts, aber interessieren sich in erster Linie für ihren Herrn. Sein Wille gilt uns mehr als alles andere. Und Martin Lloyd-Jones hat immer wieder darauf hingewiesen. Darum gibt es für einen Christen auch keine kalte Ethik. Keine kalte Ethik, die gnadenlos irgendwelche Prinzipien abarbeitet und eine Strichliste anlegt. Sondern unsere moralischen Entscheidungen, die wir treffen müssen, die wir sehr aufrichtig treffen müssen, sind bestimmt von unserem persönlichen Verhältnis zu Jesus. Und was wir für unseren Nächsten erhoffen und versuchen, ihm nahezubringen, ist bestimmt davon, dass wir ihm das Beste für seine persönliche Situation wünschen, weil wir Jesus bitten, ihn zu segnen und ihm zu helfen. Und selbst wenn wir schwere Entscheidungen treffen müssen und selbst wenn wir vielleicht unbequeme Ratschläge geben müssen, werden wir es niemals kaltherzig tun. Hoffentlich. Jesu Licht bricht durch, Licht schafft sich Bahn und ist dann nicht mehr aufzuhalten. Und so kann Paulus dann zum Schluss uns noch eine dritte Veränderung zeigen, die Jesus bei uns bewirkt. Das erste war die neue Wirklichkeit, die er unserem Leben zueignet. Wie ein Schöpfungsakt. Du bist Licht, sagt er. Du hast Vergebung deiner Sünden. Du gehörst in das Reich des Lichtes. Du gehörst zu Jesus. Und daraus erwächst die neue Wirkung, die unser Leben bekommt. Die Frucht des Lichtes. Die Spektralfarben, die Jesus in unserem Leben erstrahlen lässt. Und daraus folgt dann zwangsläufig ein drittes und letztes nach der neuen Wirklichkeit und der neuen Wirkung. Und das ist der neue Widerstand. Der neue Widerstand, den wir mit unserem Leben leisten. Nämlich gegen die Werke der Finsternis. Und das entfaltet Paulus dann in den letzten Versen ab Vers 11. Und hat nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Der neue Widerstand. Also Licht muss gegen Finsternis angehen, das geht gar nicht anders. Wenn Licht aufstrahlt, wird Finsternis gebrochen, das geht gar nicht anders. Man könnte sagen, Licht hat im besten Sinne ein aggressives Moment. Ein aggressives Moment. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir aus einem finsteren Raum plötzlich ans Sonnenlicht treten. Das blendet uns und wir machen erstmal die Augen zu. Am Montag waren meine Frau und ich zu einem Vortrag in der Nähe von Minden unterwegs, mussten am frühen Abend ja gen Westen fahren und hatten die tiefstehende Sonne gegen uns. Ich sage Ihnen, das war ein gleißendes Licht, sie haben gar nichts mehr gesehen. Wir konnten teilweise auf der Bundestrare nur noch 50 fahren. Die anderen Autos um uns herum, die haben ebenfalls Schleichtempo dann praktiziert, weil das Licht so aggressiv war und man gar nichts mehr sah. Licht kann stören. Wo Licht leuchtet, rückt es der Finsternis zu Leibe. Wo Licht strahlt, da treibt es die Finsternis in die Flucht. Da fordert es die Finsternis heraus. Und deshalb sind Christen für ihre Umgebung einerseits heilsam, andererseits aber manchmal auch unbequem. Paulus hat es in Philippa 2 nochmal ganz ähnlich gesagt. Sehr ehrlich, da sagt er, Philippa 2, Vers 15, lebt mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Also Christen leben in der Welt mitten unter einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, also unter Menschen, die sich nicht um Jesus scheren, die nicht zu Gott gehören. Das ist eine krasse Aussage, aber es ist biblische Anthropologie. So, unter dem ihr scheint, unter diesem verkehrten Geschlecht, als Lichter in der Welt. Das ist die Situation der Christen, wie Paulus sie hier beschreibt. Paulus sagt aber nirgendwo, und das möchte ich nochmal ganz dick unterstreichen, dass wir uns von diesem verkehrten Geschlecht zurückziehen sollen. Er sagt, wir sollen uns nicht anpassen. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Seid keine Mitläufer, Vers 7. Und jetzt sagt er das nochmal, hier in Epheser 5, Vers 11. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, deckt sie viel mehr auf. Das ist noch ein Schritt mehr. Und dafür dürfen wir uns gerade nicht zurückziehen von den Menschen, die noch in der Finsternis leben. Wie wollen wir ihnen dann helfen, zu verstehen, wie Gott ihr Leben bewertet? Wenn wir sie nur ablehnen und uns zurückziehen und hinter unseren Mauern verschanzen. Nein, sondern deckt sie auf, sagt Paulus. Die unfruchtbaren Werke der Finsternis. Und was das ist, unfruchtbare Werke der Finsternis, das hat Paulus vorher beschrieben in den Kapiteln. Gedanken, Worten, Taten, die typisch waren für unser altes Leben. Und das hat er ja beschrieben. Unzucht, Unreinheit, Gier, Habsucht, Kapitel 5, Vers 3. Zuchtlose Worte, törichtes Geschwätz, obszöne Witze, zweideutige Bemerkung, 5, Vers 4. In Kapitel 4 hat er auch beschrieben. Lüge, Bitterkeit, Wut, Lästerung, Selbstgerechtigkeit, Rücksichtslosigkeit. Die Liste ist lang. Und jeder von uns könnte sie mit seinen Spezialitäten noch endlos verlängern. Und es ist all das, was typisch war für den früheren Wandel des alten Menschen. Kapitel 4, Vers 22. Und für die Ausgeburt eines verhärteten Herzens und deshalb fehlgeleiteten Denkens. Kapitel 4, Vers 18. Und darum erwachsen halt solche unfruchtbaren Werke der Finsternis auch falsche Lehren. Und schauen Sie, diese unfruchtbaren Werke von Vers 11 sind das Gegenteil von der Frucht des Lichtes in Vers 9. Vers 11, unfruchtbare Werke, Vers 9, Frucht des Lichtes. Die Frucht des Lichtes, die bringt der Heilige Geist hervor. Die wirkt Jesus in uns. Die unfruchtbaren Werke der Finsternis aber, dafür sind wir selbst zuständig. Die sind eine Ausgeburt unseres Ego, unserer Selbstsucht. Und der Teufel mischt noch kräftig mit. Und hier setzt der Widerstand des Lichts an. Deckt sie auf, sagt Paulus. Entlarvt sie. Denn Sünde, das ist auch eine wichtige Information, die wir über die Sünde bekommen. Es ist ja immer gut, es gibt diesen Spruch, know your enemy, du musst deinen Feind kennen. Sünde hat die Tendenz, sich zu tarnen. Möglichst auch vor dem Sünder selbst. Und das schreibt Paulus in Vers 12. Er sagt, was von ihm heimlich getan wird. Verbergen, Verharmlosen, Tarnen, unter den Teppich kehren. Und nun ist hochinteressant, das Gegenmittel dazu besteht nicht darin, dass wir die Sünde mit Worten schamlos breittreten. Das macht Paulus auch deutlich hier in Vers 2. Da sagt er, davon zu reden ist teilweise nur schändlich. Also es gibt auch eine gewisse Sensationslust. Es gibt auch ein gewisses falsches sichereifern über Sünde, dass man es gar nicht genug ausbreiten und in Horrorfarben beschreiben kann. Und Paulus meint, nein, das ist nicht gut. Besser zuchtvoll und zurückhaltend über die Sünde reden. Nichts beschönigen. Aber auch nicht das Schamgefühl verletzen. Und John MacArthur hat zu diesem Vers sehr treffend geschrieben. Einige Dinge sind so schändlich, dass über sie nur in den Details gesprochen werden sollte, die unbedingt nötig sind. Sie sollten erläutert werden nur innerhalb gewisser Grenzen, damit man von ihnen auch loskommt. Und dann kritisiert John MacArthur einige Bücher und Artikel, die von Christen geschrieben wurden, über bestimmte moralische Fragestellungen. Die Sünde sind so explizit, so ausbreitend, dass sie fast mehr zur Ausbreitung des Übels als zu seiner Kurierung beitragen. Und deshalb sollten wir Gottes Diagnose für die Bewältigung von Sünden so darstellen, dass wir nur so viele Details bringen, wie unbedingt nötig. Also wir sollen es nicht breitreden. Wir sollen auch über die Sünde zuchtvoll reden. Und dann soll sie aufgedeckt werden. Und so zielt Gottes Licht darauf, die Werke der Finsternis aufzudecken. Ja, wo denn? Nun, zunächst mal beginnt das bei uns selbst. Paulus sagt, erstmal habt selbst nicht Gemeinschaft damit. Und Benedikt Peters hat über diesen Vers Folgendes geschrieben. Ich zitiere aus seinem Epheser-Kommentar. Da sagt Benedikt Peters, wir sollen böse Werke und böse Lehre bloßstellen, also auch böse Lehre, falsche Lehre zählt zu den bösen Werken, zuerst, indem wir uns selbst dem Licht des Wortes Gottes aussetzen und schonungsloses Selbstgericht üben. Das ist das Erste. Also in unserem eigenen Leben. Bei David, wir haben diesen Text gehört, in der Lesung 2. Samuel 12, Vers 1 bis 13, geschah diese Überführung von seiner Schuld wodurch? Sie geschah dadurch, dass Gottes Wort in der Person des Propheten Nathan zu ihm kam. Und Nathan hat ihm aufgedeckt, was schief war in seinem Leben. Mit dieser Gleichniserzählung über den reichen Mann, der dem Armen sein kleinstes Schäfchen noch wegnimmt, um nicht in der eigenen Herde danach suchen zu müssen, nach einem Tier, das er seinen Gast präsentieren kann. Und Sie haben das gehört, wie blind David für die eigene Sünde war. Er empört sich noch über sein Ebenbild, das da gewissermaßen beschrieben wird. Und sagt, der muss ordentlich verurteilt werden. Und Nathan sagt dann, du bist der Mann. Atah Haish im Hebräischen. Du bist der Mann. Und da fällt es dem David wie Schuppen von den Augen. Er war blind gewesen dafür. Aber jetzt wird es aufgedeckt. Jetzt kommt Licht in die Sache. Und dann ist er aber auch bereit, nachdem er es kapiert hat, sich sofort zu beugen und zu sagen, ich habe gesündigt. Und Nathan sagt ihm, und der Herr vergibt dir. Eine bedingungslose Kapitulation vor dem Urteil Gottes und die bedingungslose Vergebung seiner Schuld. Du wirst bestimmte Namen davon tragen, David. Es wird bestimmte Folgen haben, ja. Aber dir ist vergeben. Und zwischen dir und deinem Gott ist wieder alles in Ordnung. Also, Werke der Finsternis aufdecken in unserem eigenen Leben. Und nun, heute gibt es keine Propheten mehr zu uns. Kommt Gottes Wort in Gestalt der Bibel? Wenn uns Gottes Wort gepredigt wird. Wenn wir Gottes Wort lesen. Und es ist hochinteressant. Hier steht ja zweimal das Wort aufdecken. In Vers 11 und in Vers 13. Deckt die unfruchtbaren Werke der Finsternis auf. Und in Vers 13 wird es offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Hier steht das gleiche griechische Wort, Elencho, das Paulus in 2. Timotheus 3 verwendet, wenn er darüber redet, wie die Bibel wirkt. Da sagt er in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist eine der Schlüsselstellen über die Irrtumslosigkeit der Bibel. Und dann sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wozu? Zur Lehre und zweitens zur Überführung. Und da steht das gleiche Grundwort wie hier, Elencho. Also Gott überführt durch sein Wort. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, besteht immer die Gefahr, dass er uns überführt. Das ist eine der Grundfunktionen des Wortes Gottes. In unserem eigenen Leben soll das Licht leuchten. Und dann soll es leuchten in unserem gesellschaftlichen Umfeld. Da können wir nicht zu allem schweigen. Klar, wir können nicht zu allem jederzeit sofort große Erklärungen abgeben. Aber wir dürfen als Gemeinde Jesu und auch als einzelne Christen zu bestimmten Dingen nicht schweigen. Wir schulden es, unserem Umfeld an die Leitlinien des Schöpfers zu erinnern. Wer soll es denn sagen, wenn nicht die Gemeinde Jesu? Denken Sie an Johannes den Täufer, wie er zu Herodes Antipas, der einem Verwandten die Frau ausgespannt hatte, sagte, es ist vor Gott nicht recht, dass du sie hast. Er hat nicht gesagt, es ist unmoralisch oder es ist gegen die Tradition. Er hat gesagt, es ist vor Gott nicht recht, dass du sie hast. Und er hat sich selbst in große Gefahr damit gebracht. Ich denke an einen der früheren Bundespräsidenten, der ganz offiziell in wilder Ehe mit einer bestimmten Dame in der Residenz des Bundespräsidenten lebte. Und der zugleich, was die Sache besonders schlimm machte, evangelischer Pfarrer war. Und der das alles ganz offensiv vor sich hertrug. Sagte, ja, ich lebe hier in wilder Ehe. Und der ist böse, der es wagt darauf hinzuweisen. Deckt sie auf, die Werke der Finsternis. Da haben auch einige Christen was gesagt, zu Recht. Und deshalb können Christen auch zu den ethischen Schicksalsfragen unserer Zeit nicht schweigen. Und das Thema, was wir nie vergessen dürfen über allen anderen Diskussionen zur Zeit, ist diese große Not der Abtreibung. Dass ungeborene Kinder geschlachtet werden. Erst vor kurzem, deswegen erwähne ich das heute, hat die Leopoldina, also die renommierte Nationalakademie der Wissenschaften, gemeinsam mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften eine Stellungnahme vorgelegt unter dem Titel Neubewertung des Schutzes von In-Vitro-Embryonen in Deutschland. Also von Embryonen, die durch künstliche Befruchtung in vitro entstanden sind. Und sie geben hier eine ganz klare Empfehlung an die Politik, an gewissermaßen eine Forderung. Man solle noch viel mehr Embryonen für die verbrauchende Forschung verfügbar machen. Und nun hat die Aktion Lebensrecht für alle dazu eine sehr treffende Analyse veröffentlicht, aus der ich ganz kurz zitieren möchte. Diese Erklärung der Leopoldina sei sanft im Ton, aber brutal in der Sache. Im Ergebnis, schreibt die Aktion Lebensrecht für alle, im Ergebnis verlangen ihre Autoren nicht weniger als die Aufhebung des Embryonenschutzgesetzes und des Stammzellengesetzes. Und dann verweisen Sie auf die Begründung, die diese Veröffentlichung der Leopoldina anführt, unter anderem, es handelt sich dabei ja um 0,1 bis 0,2 Millimeter große Zellkugeln. Und nun schreibt der Autor zu Recht folgendes, jedes Mitglied der 15-köpfigen Arbeitsgruppe weiß, dass seine eigene Existenz genauso begann. Nämlich als 0,1 bis 0,2 Millimeter große Zellkugel. Das heißt, das sind Menschen. Das sind Menschen, die ein Lebensrecht haben. Und nun treten resumierte wissenschaftliche Organisationen an und sagen, wir wollen ran an ihn. Und wir erwarten von der Politik, dass sie endlich den Weg dafür noch weiter frei macht. Auch hier gilt, was Paulus in Vers 11 sagt. Deck das auf. Stellt das in das Licht von Gottes Wahrheit über den Menschen. Vor einigen Monaten erschien eine Erklärung in christlichen Kreisen im Zusammenhang noch mit dem Umgang mit der Corona-Situation, wo es hieß, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Sie haben richtig gehört, aber für den Fall, dass Sie denken, Sie haben sich verhört, sage ich es nochmal. Ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht mehr bekämpft werden. Das heißt also nach dem Motto, solange wir selber keine verbrauchende Embryonenforschung betreiben, muss uns die Sache nichts mehr angehen. Das ist die Verweigerung von Verantwortung. Die Juristen würden sagen, die machen sich einen schlanken Fuß und ducken sich weg. Und Paulus würde dem vehement widersprechen und sagen, ihr werdet auch von Gott zur Verantwortung gezogen werden, wie er mit der Bekämpfung seiner Schöpfungsordnung und der Auslöschung seiner Menschen umgegangen seid, ob ihr euch weggeduckt habt oder ob ihr geredet habt. Deckt sie auf in eurem eigenen Leben und in eurem gesellschaftlichen Umfeld. Und schließlich deckt sie auf, deckt sie auf die Finsternis in den Herzen von Zeitgenossen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist das Schöne, was am Ende hier so deutlich wird. Dieses Licht, das so schmerzhaft auch wirken kann, hat aber eine evangelistische Wirkung. Das Licht will Menschen ins Licht führen. So wie es in einem alten Lied aus dem 17. Jahrhundert heißt, das wir heute Morgen gesungen haben. O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte die, die ich kennen nicht und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seele auch selig wird. Bringe sie zu deinem Licht. Nur Jesus hat die Kraft, Sünde aufzudecken. Und so müssen wir Vers 13 verstehen, wo es heißt, das alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denken Sie an das plötzliche Blitzlicht einer Kamera. Plötzlich strahlt der Blitz auf und Sie wissen, ich bin festgehalten. Und noch schlimmer ist es, wenn dieses Blitzlicht aus so einem grau-grünen Kasten heraus leuchtet. Dann wissen Sie, ich bin ertappt, mein Bild ist geschossen. Die genaue Überschreitung der Geschwindigkeit ist registriert, sogar der Zeitpunkt, zu dem das geschehen ist. Und mein Kraftfahrzeugkennzeichen haben Sie zu einem Unglück auch noch registriert. Und jetzt weiß ich, kommt die Strafe. Das Licht hat aufgeblitzt und zugeschlagen und es gibt keinen drin mehr. Aber Gottes Licht, und das ist so wichtig hier zu sagen, Gottes Licht zielt auf etwas anderes als auf diese Blitzgeräte. Gottes Licht will nicht nur aufdecken. Gottes Licht will nicht nur entlarven. Gottes Licht will nicht bloßstellen, sondern bei Gott, bei Gott ist das nur ein Zwischenschritt. Gottes Aufdeckung von Schuld durch Licht zielt auf etwas ganz anderes. Und was das Ziel ist, das steht in Vers 14 am Anfang. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Hier wird nicht einfach nur Vers 13 wiederholt, sondern in Vers 13 heißt es, Licht deckt auf. Es blitzt. Aber Vers 14 sagt, alles, was offenbar gemacht wird, und zwar in einer umfassenden Weise, das ist Licht. Das wird zum Licht, verstehen Sie? Das wird umgewandelt in Licht. Offenbar werden heißt hier in diesem Vers, es wird aufgedeckt, aber es führt dazu, dass der, dem es aufgedeckt wird, auch Buße darüber tut, wie David. Und es bedeutet, es wird vergeben. Das Licht macht Finsternis zu Licht. Und diese Macht hat nur Jesus, weil er selber das Licht ist. Ich musste, als ich das nochmal in dieser Genauigkeit studiert habe, an Wolfgang Dück denken, von dem ich bereits hier einmal erzählt habe, vor einiger Zeit. Aber sein Leben ist genau ein Beispiel dafür, was es bedeutet, dass Finsternis nicht nur aufgedeckt, sondern in Licht verwandelt wird. Wolfgang Dück hat seine Lebensgeschichte erzählt in einem kleinen Büchlein unter dem Titel Vom Knast zur Kanzel. Aus Finsternis wird Licht. 1959 war das, als er zum Glauben fand, in Stuttgart. Wolfgang Dück hatte sich all die Jahre in einem furchtbaren Teufelskreis befunden. Verbrechen und wieder Verbrechen. Er war geboren als uneheliches Kind, aufgewachsen ohne Familie, ohne Zuwendung, ohne Geborgenheit, abgeschoben von einem Heim ins andere. Und irgendwann wollten ihn die Erziehungsanstalten, wie das damals hieß, auch nicht mehr, weil sie gesagt haben, das ist ein hoffnungsloser Fall. Den müssen wir irgendwie bis an sein Lebensende durchs System durchschleifen. Aber da können wir nichts mehr machen. Er wurde mehrmals straffällig, schon als Jugendlicher. Der hat elf Jahre seines Lebens in einem Zuchthaus verbracht, wie man das damals sagte. Und alle, die mit Wolfgang Dück zu tun hatten, die Sozialarbeiter, die Richter, die Psychologen, sie waren sich alle einig, sie haben gesagt, für den gibt es keine Zukunft mehr. Da ist einfach zu viel gelaufen. Dafür ist es zu spät. Es ist kaputt. Es ist zu finster. Das macht kein Licht mehr hell. Aber Jesus hat ein anderes Urteil über diesen Mann gefällt. Jesus hat gesagt, dieser Wolfgang Dück ist ein Kandidat für das ewige Leben. Und er hat in sein Herz eingegriffen. Er hat diesen Wolfgang Dück mit dem Evangelium erreicht. Er hat in die Finsternis dieses kaputten und hoffnungslosen Lebens hineingeleuchtet. Und es ist wirklich dieses Wunder geschehen. Es ist immer ein Wunder, wenn das geschieht, dass Wolfgang Dück seine Schuld vor Jesus bekannt hat. Und dass er gesagt hat, Jesus, rette mich. Und so wurde aus finsternes Licht, so wurde aus dem Knastbruder ein Evangelist, so wurde einer, der eigentlich in Ketten gehalten werden musste, damit er die Menschen nicht gefährdet, ein Evangelist, der dann teilweise, er hatte sehr eigenartige Methoden teilweise, hat in Großstädten sich manchmal auf das Dach eines alten Autos gestellt. Und hat dann, das könnten wir hier in der Innenstadt auch mal machen, und hat dann vom Dach dieses alten Autos aus gepredigt und Menschen zu Jesus Christus gerufen. So hat er das gemacht. Nachdem er selber von der Finsternis ins Licht geführt worden war, wollte er auch andere in dieses Licht rufen. Das meint Vers 14. Und deshalb wundert es nicht, weil Paulus das hier so deutlich macht, Finsternis soll in Licht umgewandelt werden. Und das überrascht eigentlich, dass der Predigtext in einen evangelistischen Weckruf mündet. Das sind die letzten Worte hier. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Schauen Sie, der Epheserbrief ist ja eigentlich an Christen gerichtet, an Christen adressiert. Und diese ganze Passage, auch die wir heute miteinander studiert haben, wendet sich an Christen. Dass sie die Finsternis aufdecken sollen, dass sie das Licht weitergeben sollen. Warum mündet das Ganze jetzt quasi in diesen evangelistischen Aufruf? Damit erinnert Paulus die Christen nochmal an ihre evangelistische Verantwortung gegenüber der Welt. Er sagt, Leute, ihr seid deswegen Licht geworden, um das Licht selber in euer Umfeld hineinzutragen, indem ihr die Botschaft von Jesus Christus dort verkündet, dass Sünde vergeben und Verlorene gerettet werden können. und Sünde vergeben werden kann. Vergesst das niemals, dass Christus euch rausgeholt hat, als der Finsternis, um euch jetzt wieder reinzuschicken in die Finsternis, nämlich als seine Boten. Und so schließt Paulus dann, indem er sagt, darum, darum, weil Jesus Sünde überwinden will, heißt es. Und das heißt es steht hier für ein Zitat. Darum heißt es. Und Paulus zitiert offensichtlich aus einem Lied, das wohl in den Gemeinden bekannt war, vielleicht aus einem Osterhymnus. Wahrscheinlich spielt dieses Lied auf Jesaja 60, Vers 1 an, wo es heißt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und daraus zitiert Paulus. Und schauen Sie mal, das ist wie das Evangelium in Kurzfassung, wie das Evangelium in der Nutshell. Er sagt, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Also, zunächst mal wird die Situation der Verlorenheit, der Finsternis mit zwei Bildern beschrieben. Ohne Jesus zu leben, in Sünde zu leben, ist wie Schlaf. Der Normalheide pennt in seinen Sünden. Er weiß nicht, was mit ihm los ist. Er weiß nicht, dass dringender Handlungsbedarf geboten ist und er schläft der Hölle entgegen. Und das andere Bild, was Paulus verwendet, ist tot. Er ist tot in Sünden. Er kann sich gar nicht selber retten. Er ist abgetrennt von Gott und er hat nicht das geringste Interesse daran, in seinem Gewissen aufgeweckt zu werden. Und dann sagt man, Paulus, das schafft doch keiner. Du kannst doch einem Toten nicht sagen, steh auf. Man kann dem Toten noch so lange zureden. Der wird davon nicht wieder aufstehen. Richtig, das schafft keiner. Das schafft nur einer. Und deswegen heißt es dann, Christus wird dich erleuchten. Wörtlich steht da, und Christus Christus wird dir aufleuchten. Also, da steht nicht, steh erstmal selber auf von den Toten, dann wird Christus dich erleuchten, sondern da steht im Griechischen, und Christus wird dir aufleuchten. Und darauf kommt es an, dass derjenige, der tot in seiner Schuld und Gottesferne gefangen ist, dass dem Christus aufleuchtet. Dass er plötzlich begreift, dass es Christus gibt und wer Christus ist und weil Christus ihm schenken will. Und ihr Lieben, daran dürfen wir mitwirken. Als erleichterte Leute, als Leute, deren Leben selber aus der Finsternis herausgezogen wurde, daran dürfen wir mitwirken, dass Jesus auch unseren Freunden und Nachbarn und Kollegen aufleuchtet. Jesus wird denen nicht ersparen, was er uns nicht erspart hat, nämlich die Finsternis aufzudecken. Aber wenn sie dem wahren Gott begegnen, wenn sie dem heiligen Gott begegnen, dessen Majestät und Heiligkeit uns erschrecken muss, bei dem wir wissen, dass vor diesem heiligen, vollkommenen, allmächtigen Gott keiner von uns wirklich bestehen kann, wenn sie dem aber begegnen, dann werden sie auch herausfinden, dass dieser vollkommene, allmächtige Herr unsere finsteren Herzen mit all unserer Schuld, dass er die nicht zerstören, dass er die nicht kaputt machen, dass er die nicht zertreten will, sondern dass er unsere Herzen heil machen und hell machen will. Wer diesem Gott begegnet, der wird das erkennen. Und darum schließe ich mit Versen von Jochen Klepper, der diesen krassen Gegensatz beschreibt, dass Gottes vollkommenes, heiliges Licht auf unsere kleinen, verkrampften, sündigen Herzen trifft und sie doch nicht zerstört, sondern erleuchten und trösten und all unsere Schuld vergeben will. Klepper schreibt, Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, will König tausendfaltig Herr aller Herren sein. Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah. Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah, mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfes schar, will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr. Er macht die Völker bangen vor Welt und Endgericht und trägt nach dir Verlangen, lässt auch den Ärmsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bang gemacht. Alles, was dir so viel Angst macht, was dich erschrecken lässt, was dich denken lässt, es gibt keine Hoffnung mehr. Er will mit seinem starken, heilsamen Licht in dein Herz hineinkommen und dort, wo er kommt, da wird alles gut und heil und hell, weil er dich lieb hat. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns das Licht des ewigen Vaters hier in unsere finstere Welt gebracht hast, Herr, und dass es hell strahlend über Bethlehems Feld geleuchtet hat, dass das auch schon die Wirklichkeit angekündigt hat, die kommen wird, weil du kommst. Und danke, dass du seitdem nicht aufgehört hast, zu kommen in finstere verzagte Menschenherzen. Ach, danke, dass du es in unserem Leben hell gemacht hast, Herr, dass du die Finsternis unserer Schuld und Verlorenheit besiegt hast. Herr, gib uns einen hoffnungsvollen Blick für unsere Zeitgenossen, bewahre uns voller Selbstgerechtigkeit und schenke uns diesen Blick der Liebe, dass viele, viele Menschen aus ihrer Finsternis nur herauskommen können, wenn du sie findest mit deinem Licht. Herr, lass das noch vielfach geschehen und habe Dank, dass du bei uns bist und uns behütest und stärker bist als alles, was uns bange machen will. Und dafür danken wir dir. Amen. So lassen sie uns jetzt gemeinsam singen Zünde an dein Feuer Herr im Herzen mir.